Sportlich auf jeden Fall Marco Reus. Lasagna. Mein Hund, meine Freundin und genug zu trinken. Rage. Ich denke, das waren auf jeden Fall meine Eltern, vor allem meine Mama, die mich halt auch, wo ich noch kleiner war, immer zum Training gefahren hat. Im Verein, glaube ich, mit vier oder fünf, aber vorher schon immer auf der Straße. Heim. Meine Lieblingsserie war Prison Break, zurzeit schaue ich The Royals. In der Mannschaft Rage, ansonsten meine Freundin und mein Hund ist mein bester Freund. Eher fröhlich, aber mit ein bisschen Anspannung, also ein Mix. Bis zum nächsten Heimspiel. Bis zum nächsten Heimspiel. Bis zum nächsten Mal.